Es geht in einen Gerichtssaal, das ist eine authentische Geschichte, im hintersten Texas vor 20 Jahren, mitten in der Verhandlung, der das Geschädigte, das Unfallopfer sitzt, vor dem Richter auf dem Zeugenstuhl, von Kopf bis Fuß bandagiert. Und der Richter ist höchst verwundert, weil er in so einem erbarmenswürdigen Zustand ist und fragt, was ist mit Ihnen los? Sie haben auch direkt nach dem Unfall den Sheriff gesagt, Ihnen ging es ausgezeichnet. Und erzähl dir mal. Und dann erzählt er, Geschädigte, ja, wissen Sie, euer Ehren, ich war da auf meinem Pferd unterwegs, auf der Landstraße, kurz vorm Abbiegen auf die Allee, die zu meiner Ranch führt, und da kam dieser Sportwagen auf mich zu, in abenteuerlicher Geschwindigkeit und in Schlammelinieform. Ich wusste, ich kann nicht mehr ausweichen und dann hat es einen riesigen Schlag getan und das Nächste, was ich gesehen habe, als ich dann wieder aufwachte, war das Blaulicht des Polizeiwagens und neben mir mein Pferd in einem ganz fürchterlichen Zustand. Der Sheriff stand vor dem Pferd, schon mit gezücktem Kreuz, legte auf das Arme hier an, erschoss es. Und dann kam er auf mich zu, mit noch rauchendem Kold und fragte mich, und jetzt zu Ihnen, wie geht es Ihnen? Worauf ich natürlich antworte, mir geht es ausgezeichnet. Also die Moral von der Geschichte heißt es, oft wird einem eine Antwort abverlangt, die muss schnell und richtig sein. In dem Fall war es schnell und auch richtig, zumindest aus der Sicht des Anlegers, des Akquisiteurs, des Maklers oder was auch immer, um jetzt die Brücke zu schlagen. Alles, was ich ab jetzt erzähle, ist auch möglich in einem Seminar, sei es In-House oder in einer Veranstaltung wie hier, zu lernen mit Software-Transfer, mit Know-how-Transfer. Alles, was ich hier mache, tun wir auch bei uns im Büro, also mit wachsender Begeisterung, in unserem Akquise-Büro, Menschen wie Ihnen und vornehmlich Makler, Vertragsmakler, das ist Herr Bayer, Türen zu öffnen, zu entscheiden. Also BAV-Termine reden wir davon, unterkant ins Prokurist, mit Personal- oder Finanzverantwortung aufwärts. Wir machen keine Termine mit Personal-Chef, mit Personal-Lohnbuchhaltung oder oder, sondern immer Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist aufwärts, Inhaber, Vorstand und you name it. Und das, was sich nicht freiwillig bei uns terminieren lässt, oder sagen wir mal, was nicht im ersten Schritt in Xing Resonanz zeigt, dass es zumindest auf ein freundliches Anschreiben, das nichts zu tun hat mit geschäftlichem Approach, Xing ist ein soziales Netzwerk. Das muss man wissen. Wenn Sie also sich viel verletzen oder in Xing, dann schreiben Sie um Himmels Willen nichts von Geschäft haben, im allerersten Kontakt. Also keine übliche, ganz brave Akquise, ich darf mich nicht vorstellen, wir machen das und das, bitte nicht.